Was ist Eishockey? Nur das Eis? Die Scheibe? Der Schläger? Das Tor? Oder die Spiele? Was ist Eishockey? Nur Power? Speed? Härte? Und Feuer? Was ist Eishockey? Eishockey ist nichts ohne Euch. Mit Euch im Rücken laufen wir einen Sprint mehr. Mit Euch im Rücken fahren wir einen Check mehr. Mit Euch im Rücken schießen wir ein Tor mehr. Mit Euch sind wir einer mehr. Mit einem packdaten zwischen den Eishockey? Mit ein Rücken spät, das ein Tod ist. Mit dem Rücken. Mit dem Rücken. Mit dem Rücken. Mit den Rücken. Mit dem Rücken. Mit dem Rücken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017